Ich denke, als Schweißer arbeiten. Drei Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedien mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Grüß Sammy von mir, Lincoln. Mach ich. Warme Mahlzeit, warmes Herz. Ganz gewiss. Danke. Guten Morgen. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Durch der Rede werden wir. Erst zwei Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Bedeutet uns allen echt viel. Werd besser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ich guck mal, was ich machen kann. Hey, Lincoln. Wie geht's, Regine? Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wieder zu sehen. Nun, die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Vielleicht mal... Lincoln, es gibt alle! Renn weg, Regine! Lincoln, wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran! Das ist nicht her! Ich muss da einfach... Der Kerl, er solltet euch was schenken! Bitte! Hab ihn! Verdammt laut!